Medtronic Medtronic Diese amerikanische Firma steht an der Weltspitze der Medizintechnologie. Ihre Produkte helfen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. In dieser hochmodernen Produktionsstätte in der Schweiz werden Schrittmacher und implantierbare Defibrillatoren hergestellt. Medtronic ist Weltmarktführer im Bereich der Medizintechnik. 1957 entwickelten wir in den USA den ersten tragbaren externen Herzschrittmacher. Inzwischen ist diese Technologie implantierbar. Jeden Tag produziert Medtronic ca. 1500 Schrittmacher in seiner Produktionsstätte am Genfer See. Und im Herzen der Medtronic Produktionsanlage stehen zwei ZT22 Kompressoren von Atlas Copco. Für unsere Produktionseinheit brauchen wir ölfreie und trockene Druckluft. Das Förderband, pneumatische Anwendungen, sogar die Reinigung der Geräte erfordert Druckluft. Da sie an den offenen Geräten zum Einsatz kommt, muss sie natürlich frei von Öl und sonstigen Partikeln sein. Die Druckluft wird in Anwendungen eingesetzt, die für die Qualität dieser medizinischen Hightech-Geräte entscheidend sind. Bei solch hohen Standards fiel die Wahl nicht allzu schwer. Medtronic entschied sich für Kompressoren von Atlas Copco. Medtronic und Atlas Copco haben eine ähnliche Philosophie. Sie verfolgen drei Anliegen. Die Umwelt, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Atlas Copco hat für all diese Anliegen eine Lösung parat. Im Hinblick auf die Umwelt können wir mit den Kompressoren der Z-Serie punkten, die komplett ölfrei arbeiten. Zur Verbesserung der Energieeffizienz haben wir Kompressoren mit variabler Drehzahlregelung und unsere BD-Trockner. Und der weltweite Vertrag und unser Kundendienst garantieren die geforderte Zuverlässigkeit. Aus diesen Gründen hat Medtronic vollstes Vertrauen in uns und unseren Service. Die Schweiz ist für ihre Uhrmacher bekannt. Handwerker, die Jahrhunderte hindurch Meisterwerke der Feinmechanik geschaffen haben. Atlas Copco ist in vielerlei Hinsicht ähnlich. Auch unsere Kompressoren sind komplizierte und sorgfältig konzipierte Maschinen, die sich einen Platz im Herzen vieler Betriebe verdient haben. Atlas Copco engagiert sich für Hightech. Unsere Z-Klassenprodukte sind ein zusätzlicher Vorteil. Sie bieten Medtronic Sorgenfreiheit, denn sie wissen, dass ihre Druckluft komplett ölfrei erzeugt wird. Von schneebedeckten Bergen zu saftig grünen und blauen Tälern. Die Schweiz ist ein Land von überwältigender Schönheit. Die Achtung dieses Geschenks der Natur ist ein Hauptaspekt der Medtronics Ethik. Die Umwelt ist ein wichtiges Thema für Medtronic. Wir erweitern zurzeit unsere Produktionsstätte und für die neue Anlage haben wir uns bewusst für einen neuen Kompressor mit variabler Drehzahlregelung entschieden, um die Energieeffizienz zu optimieren. Eine Möglichkeit, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, ist die Steigerung der Energieeffizienz. Und genau dabei kann Atlas Copco Medtronic unterstützen. Weil man Möglichkeiten suchte, Energie zu sparen, empfahlen wir einen Kompressor mit variabler Drehzahlregelung und BD-Trockner. Der Kompressor stabilisiert den Druck innerhalb eines Bandes von 0,1 Bar, was ca. 1 Bar Druck im gesamten System spart. Das ermöglicht eine Energiereduzierung von 8 Prozent. Und der Trockner, früher hatten sie einen CD-Trockner, der 18 Prozent der Energie für die Regenerierung benötigte. Der neue BD-Trockner braucht lediglich 2 Prozent, was wiederum viel Energie spart. First in mind, first in choice. Wenn Medtronic an Kompressoren denkt, ist Atlas Copco die erste Wahl, denn Atlas Copco hat immer die richtige Lösung parat. Atlas Copco hat aufgrund der großen Produktauswahl einen fantastischen Vorteil. Wir untersuchen die Bedürfnisse unserer Kunden und finden immer eine Lösung. Sicherlich ein Vorteil gegenüber unserer Konkurrenz, aber der Kontakt mit dem Kunden und die Analyse seiner Bedürfnisse sind entscheidend. Es ist eine Kombination aus vielen Dingen. Vertrieb und Kundendienst, Beratung und Hightech-Produkte machen Medtronic zu einem zufriedenen Kunden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!